Also ich finde es ziemlich cool, dass man einiges Neues lernt, was man davor überhaupt noch nicht kannte, was man vielleicht auch, wo man nicht mit gerechnet hätte, dass man überhaupt damit in Kontakt kommt. Handwerkliches Arbeiten, es ist was tun, es ist eigene Ideen in die Tat umsetzen. Spaß! Oder ein Teamprojekt, in dem man einfach zusammen ein Auto entwickelt und baut und dadurch dann einfach eine gute Teamleistung abliefert. Viel Arbeit und wenig Schlaf. Ein Low-Wort-Romanz für mich. Und viel Chinesisch. Essen. Anstrengung, Erfahrung und Zeit investieren. Mit dem Ziel nachher ein geiles Auto zu bauen und erfolgreich zu sein. Chaos in der Werkstatt und unhoffenbare Werkzeuge. 5000 Kaffee am Tag und 300 Nacht. Formula Student ist für mich 1600 Löcher in Titan selber bohren, weil es das Teil nicht zu kaufen gibt. Design, Cost Report und Business Plan. Aktuell Alufrästeile mit der Pfeile nachzuarbeiten und guter Teamgeist. Formula Student ist für mich die Möglichkeit, eigene Konstruktionen komplett zu verwirklichen und auch einfach anhand von praktischen Lernen und nicht nur theoretisch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Musik